Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 24. Januar. Gut, fangen wir wieder an mit einem Rückblick auf den Vortag. Wir hatten ja die hellgrüne Markierungslinie bei 11.000 Punkten gehabt, außerdem gingen wir davon aus, dass es noch eine Etage tiefer geht. Das ist dann auch so eingetreten. Wir sind dann nochmal deutlich nach unten gegangen hier im Vergleich zum Dienstag und haben dann hier den Bereich um 11.000 Punkte angelaufen, den aber nicht unterschritten, sondern verteidigt und konnten dann von hier wieder nach oben abdrehen und dann nochmal kräftig ansteigen. Der Short-Bereich hier bei der dunkelroten und bei der roten Markierungslinie, also zwischen 11.070 und 11.100 Punkten, der ging auch auf. Allerdings wurde das Tageshoch hier deutlich über dieser dunkelroten Markierungslinie erreicht, aber es ging danach dann eben auch wieder nach unten. Und nun werfen wir eben einen Blick auf den heutigen Donnerstag, auf die Markierungslinien für den Tagesschart. Da hat sich nämlich der Trend geändert. Wir waren ja hier im vorherigen Chart noch auf rot, also im Abwärtsmodus. Und am Nachmittag hat sich dann der Trend geändert auf blau. Das hatte ich ja auch in den Kommentaren unter dem Video am Vortag geschrieben. Und der ist weiterhin auf blau, der ist noch nicht wieder auf rot gedreht. Und nun schauen wir uns eben die Linien an, mit denen wir dann am heutigen Donnerstag arbeiten können. Gut, hier haben wir den schon. Also, wie gesagt, wir sind jetzt im blauen Kreis angekommen und deswegen wieder im Long-Modus. Und wir haben hier im Bereich von 11.000 Punkten weiterhin die dunkelgrüne Markierungslinie. Das ist hier aktuell die wichtige Unterstützung. Sollte es unter 11.000 Punkte gehen, dann dürfte der Index hier dieses offene Gap vom Freitag schließen. Und die untere Begrenzung, die befindet sich dann bei 10.930 Punkten. Das wäre dann die nächste Anlaufmarke nach unten, sollten wir hier nach unten durchprägen. Und die hellgrüne Markierungslinie befindet sich dann bei 11.030 Punkten. Die rote bei 11.100 und die dunkelrote dann bei 11.130 Punkten. Und damit haben Sie hier wieder für den Tageshandel dann den Long-Bereich 11.000, 11.030 in diesem Bereich. Könnten eventuell Long-Positionen erwogen werden. Und den Short-Bereich dann im Bereich von 11.100, 11.130 Punkten. Mögliche Short-Positionen könnten leicht über 11.150 Punkten abgesichert werden. Also den Stopps sollte man dann eher relativ eng halten, weil wir ja auch im Aufwärtsmodus uns aktuell befinden. Jedoch ist die generelle Lage auch sehr nachrichtengetrieben. Insofern sollte man für langfristige Positionen einen Ausbruch abwarten. Und da bietet sich dann eben die Marke für Long-Positionen bei 11.150 Punkten an und die Marke für Short-Positionen eben unter 11.000 Punkten. Gut zu beachten ist außerdem, dass diese Markierungslinien zunächst einmal für den Intraday-Handel gelten, also für den Tageshandel und weiterhin wenig oder weniger angewendet werden können bei einer Eröffnung mit einem Gap Up oder mit einem Gap Down. Also sollte der Index dann um 9 Uhr dann zum regulären Handelsbeginn mit einem kräftigen oder mit einem deutlichen Aufschlag eröffnen oder mit einer Kurslücke nach unten eröffnen, dann sind diese Markierungslinien nur bedingt anzuwenden. Gut, damit haben wir dann die Marken für den heutigen Donnerstag genannt. Die Richtung ist aktuell auch erstmal klar. Wir erwarten eher steigende Kurse. Wir können hier im Bereich von 11.000, 11.030 Punkten eventuell Long-Positionen eingehen und möglicherweise, je nach Tageshandel, sollte nicht allzu viel Stärke auftreten im Bereich von 11.100, 11.130 Short-Positionen, die allerdings dann sehr eng abgesichert werden müssen. Die Markierungslinien haben ja in den vergangenen Tagen relativ gut hingehauen. Ich hoffe, Sie konnten davon profitieren oder das eventuell in Ihrem eigenen Handelssystem mit aufnehmen. Und nun werfen wir eben einen Blick auf den Wochenchart. Gut, für die Woche, da hat sich nichts geändert von den Linien her. Die befinden sich weiterhin bei 11.050 Punkten Rot und 11.200 Punkten Dunkelrot und dann eben deutlich tiefer, 10.800 Punkte Grün und 10.500 Punkte Dunkelgrün. Das sind eben die wichtigen Linien für das große Bild, für den Wochenchart. Und mit denen kann man eben sich für die eher mittelfristige, langfristige Richtung orientieren. Und sollten wir eben hier diesen Bereich nachhaltig nach unten durchbrechen von 11.050 Punkten, dann dürfte der Index hier die Linie anlaufen von 10.800 Punkten. Ja, wir haben hier im Bereich von 11.000, 11.050 Punkten eine Unterstützung und sollte diese Unterstützung fallen, dann müsste man mit deutlich tieferen Kursen rechnen, eben bei 10.800 Punkten. Das wäre hier der Bereich, der dann höchstwahrscheinlich angelaufen werden würde. Interessant dabei ist auch, dass der Index hier diese rote Markierungslinie immer wieder erkannt hat und wir auch am Vortag hier bei 11.071 Punkten aus dem Handel gegangen sind. Und damit eben wieder über 11.050 Punkten, also über dieser roten Markierungslinie, obwohl wir schon im Tagesverlauf den Bereich hier von 11.000 Punkten erreicht haben. Aber der Index ist dann doch wieder nach oben abgedreht und konnte hier diese rote Markierungslinie verteidigen. Nun haben wir heute schon den Donnerstag, also die Woche, die ist beinahe wieder um die Handelswoche. Und wichtig wird vor allen Dingen auch, welche Farbe diese Wochenkerze hat. Ja, wenn wir am Freitag mit einer roten Wochenkerze aus dem Handel gehen sollten, dann würde das natürlich ein Schwächersignal sein. Also die Kerze hier, die müsste eigentlich eine ganze Menge an Punkten nach oben schaffen, damit wir hier eine weiße Kerze erreichen und damit eben positiv aus der Woche gehen. Und sollte das nicht der Fall sein, also sollten wir bis Freitag nicht über diese Marke ungefähr steigen von 11.200 Punkten, dann ist es eher bärisch zu sehen und man müsste sich eher wieder auf fallende Kurse einstellen. Und der Index, der DAX würde dann praktisch hier höchstwahrscheinlich diesen langen Abwärtstrend weiter fortführen und dann eben zunächst Kurs nehmen auf 10.800 Punkte und höchstwahrscheinlich dann auch auf 10.500 Punkte. Wobei es dann hier im Bereich von 10.500 Punkten spannend wird. Da befindet sich ja in unserem Monatschart auch der wichtige Fibonacci-Faker, beziehungsweise der untere Fibonacci-Faker, der eben sehr langfristig ausgerichtet ist. Und sollte dieser auch fallen, dann würde der Index höchstwahrscheinlich dann eben Kurs nehmen, direkt auf 10.000 Punkte und tiefer. Im Vorjahr konnten wir uns hier noch einmal knapp retten. Wir waren schon unter 10.500 Punkten, aber dann im weiteren Monatsverlauf ging es dann doch wieder hoch und es konnte eben diese, naja, eher bullische Wochenkerze gebildet werden mit dem kleinen Kerzenkörper, der zwar eine rote Farbe hatte, aber auch gleichzeitig eben eine lange untere Lunte. Und in dem Fall war diese Wochenkerze eben auch wieder bullisch zu interpretieren. Gut, also es liegen weiter spannende Tage vor uns, gelenkt eben der Ausbruch nach oben über 11.200 Punkte oder dreht der Index doch wieder nach unten ab. Und wir sehen möglicherweise dann eine deutlich tiefere Kurse eben auch unter 10.500 Punkten. Gut, dann zum Ende nur noch eben einen Blick auf den Monatschart hier mit dem erwähnten Fibonacci-Faker. Hier sehen Sie dann auch eben die wichtige Marke von 10.500 Punkten. Sollten wir hier drunter rutschen, dann dürfte es deutlich tiefer gehen, wobei dann auch ein alternativer Monatschart zur Geltung kommen könnte, der dann den nächsten Auffangbereich ungefähr im Bereich hier von 9.500 Punkten hätte. Gut, dann wären wir wieder durch für heute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Handel. Ich hoffe, Sie können die Marken, die wir genannt haben, verwenden für Ihren eigenen Handel und können vor allen Dingen davon profitieren. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu lesen im Forum, im Blog unter dem Video. Und ich melde mich dann wieder am morgigen Freitag mit dem ING Markets Morning Call beziehungsweise dann eben mit Kommentaren dann je nach Verlauf. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.